Hallo kleiner Fuchs? Na du? Hallo? Komm her. Kleiner Fuchs, Selina. So, hallo. Heute ist der 18. Mai 2023, Männertag. Männertag! Ich hätte gestern eigentlich einen Tattoo-Termin gehabt, aber mein Tätowierer musste mir das leider absagen, weil es ihm nicht so gut ging. Ich habe bis jetzt noch keinen neuen Termin, also mal gucken, wann das dann stattfinden wird. Jetzt warte ich gerade auf Agi, die sind ca. 20-30 Minuten hier und dann verbringen wir zusammen den Männertag. So wie früher. Der Plan ist, dass wir heute wandern gehen und abends grillen. Was dazwischen passiert, who knows. Wir werden es sehen und zwar genau jetzt. Agi! Ja, du kannst da hin. So, wir gehen heute ein bisschen wandern. Das da ist unser Ziel. Der Berg da. Hier ist es ganz schön windig. Das ist doch schön. Hier ist es ganz schön windy and stormy and so on. Wie ist jemand da? Das warst du dann sein. Wie ist das Wetter, Agi? Ja, es ist herrlich. Herrlich! Durch den Monsoon. Anna, guck mal her. So, jetzt geht es mit dem Bus zum Berg. So, liebe Gäste, wir fahren jetzt. Ja, pack das auf dich mal. Stell dir doch hin, die Freude haben jetzt. Was war das? Tschüss, Alain! Ja? Ich bin immer ein Schwank aus meiner Jugend. Ein Schwank aus meiner Jugend? Ey, ich bin mal nackt baden gegangen. Seh ich nicht. Sind wir im Schwimmbad eingebrochen, gell? Sind wir nackt baden gegangen? Weiter kann ich nicht erzählen. Hallo Leute. Also wir laufen jetzt hier diesen tollen Wanderweg hoch. Anna, kannst du mal kurz halten? Alle sind total fertig, außer ich bin top in Form. Ja, ich bin auch gar nicht außer Atem. Ich genieße nur die Luft und deshalb atme ich immer so tief ein. Ansonsten, habt ihr noch irgendwas zu erzählen? Stabil. Stabil, dann stabil. Genau. Puls sagt, schauen wir mal, 155. 154. Ich glaube ich bin tot. Aber das ist okay. Ich glaube, ich werde zu überleben. Zu sterben. Schönen Männer da. Wir sind in so circa einer halben Stunde, haben wir es geschafft. Wir ziehen durch. Oben haben wir dann eine gute Flasche Sekt, die wir trinken könnten. Ja, da freue ich mich schon drauf. Außerdem haben wir gerade ein bisschen hier Bärlauch gegessen vom Rand. Ja, darf aber nicht, weil der schon blüht. Und jetzt sterben wir hoffentlich. Bis meine Mom gesagt hat, nicht essen. Dürfst du ja nicht mehr essen. Jetzt ist es zu spät. Ich hoffe, wir überleben das heute noch. Das wäre ganz schön. Naja, wenn nicht, dann ist es auch so. Ja, also. Hallo. Es sind schon Leute an schlimmeren Sachen gestorben, nicht wahr? So cheesy. Möchtest du jetzt hier wieder aus? Warte, du musst hier oben drauf springen und dann musst du wieder an die Seite. Wir haben jetzt die Hälfte geschafft. Ja. Wir machen keine Pause, wir ziehen durch. Wir sind übel krass im Training auch. Mhm. Ja, also Agi ist hart am trainieren. Ja. Ich nicht. In der Uni kostet es halt nicht so viel. Da drüben steht ein ganz besonderer Baum. Das gibt es so nicht. Der da? So nie. Das gibt es nicht? Wenn man da durchläuft, kann man sich was wünschen. Probiert es aus. Rein da! Ich gehe jetzt durch den Wunschbaum. Der ist schon krank. Wow. Wir gehen durch. Ich wünsche mir eine angenehme und natürliche Geburt für meine Schwester. Hast du dir was gewünscht? Ich habe mir was gewünscht. Warum kommt deine Schwester eigentlich nicht her? Ich habe auch was gewünscht. Gut. Okay. Ich wünsche mir, dass mein Studium geklappt hat. Das wäre schön. Das wünsche ich mir aber auch. Also für dich, nicht für mich. Mein Studium hat nicht geklappt. Ich wünsche mir noch was für dich. Oh ja, geh nochmal durch. Das war heilig für mich. Okay. Ein Geheimnis. Hast du mir jetzt für mich gewünscht? Ja, ich habe mir das für dich gewünscht. Ja. Ist so süß. Ja, ihr habt eine Jachtwurst in eurer Lassanjäger. Hä? Ja, weil wir so... Jachtwurst? Weil wir so gut im Training sind, Zizi. Ja, aber richtig gut. Wir haben richtig gute Ausdauer. Jetzt hört es doch schon wieder auf, wo es bergauf ist. Jetzt kommt hier wieder so ein kleiner Hügel, kommen wir direkt nicht mehr hoch. Oh. Backstripe. Ja. 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 wir werden abgeholt da werden wir wieder abgeholt natürlich wir sind zu hause und jetzt wird fett gegrillt ganz genau was sagst du dazu dass du so gast bist aber direkt für uns grill ich finde es einfach schön dass ihr mich so ein familie mitzusehen daran liegt ja